Südthüringens Geschäftslandschaft ist um einen echten Schwarzmarkt reicher. Keine Angst, das neue Sporthaus im Zentrum Suhls handelt ganz offiziell mit Sport- und Freizeitartikeln. Nachdem der Vorbetreiber aus Altersgründen die Sporthaus KICK GmbH im Januar die Pforten geschlossen hatte, konnte Jörg Schwarz von der Sport 2000 Schwarz GmbH mit seinem neuen Konzept einziehen. In vier Wochen wurde straff umgebaut. Die ehemaligen Angestellten des Sporthauses KICK konnten übernommen werden. Zusätzliche Unterstützung erhalten die Kunden zukünftig von zwei fachkundigen Damen. Am 16. Februar wurde nun planmäßig eröffnet. Den sportbegeisterten Kunden erwartet nun auf drei Etagen alles, was ein Sporthaus nur bieten kann. Sport 2000 Schwarz ist ein Traditionsunternehmen aus Bad Salzung. Schon zu DDR-Zeiten handelte die Familie Schwarz unter anderem mit Sportwaren. Nach der Wende hat sich Sport 2000 Schwarz zu einem der größten privaten Filialistenunternehmen in Thüringen entwickelt. Man findet Geschäfte in Bad Salzungen, Erfurt, Ilmenau, Weimar und ab sofort auch in Suhl im Steinweg. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020